Einen schönen guten Abend und herzlich willkommen hier in der Heinrich-Böll-Stiftung vor der Wahl 2024. Gemeint ist die Europawahl. Es gibt ja doch einige Wahlen, auf die wir mit Spannung schauen in diesem Jahr, aber wir alle wissen, dass die Europawahl uns jetzt besonders beschäftigen wird in den kommenden Wochen und dass sie natürlich auch die wichtigste dieser Wahlen ist für die europäischen Bürgerinnen und Bürger. Ich heiße Sie hier, alle herzlich willkommen, auch unsere Gäste im Livestream. Welcome everybody here and also digitally. We will have English Translation. Herzlich willkommen an alle. Wir haben eine Verdolmetschungsenglische hier für Sie im Raum, aber natürlich auch online. Also bitte hören Sie uns gerne auch auf Englisch zu online. So wie es derzeit ist, gefällt mir Europa nicht, weil ich weiß, dass es sehr, sehr viel besser sein kann, dass man vieles besser machen kann, als wir das bisher in der Europäischen Union tun. Deshalb gilt es daran, auch zu arbeiten, es ständig besser zu machen. Das ist die Voraussetzung, auch um in Europa voranzukommen. Natürlich haben wir an Europa schon ziemlich viel und natürlich ist es uns auch sehr viel wert. Und ich will auch sagen, es gefällt mir insgesamt schon, aber das kann ich auch aus meiner Erfahrung im Europäischen Parlament sagen. Es gibt sehr, sehr viele Baustellen, die wir noch nicht ordentlich zu Ende gebracht haben und an denen es auf jeden Fall noch weitergehen muss. Und was ich auch erlebt habe, ist, dass es Voraussetzungen für die Arbeit an Europa gibt, die erst geschaffen und erreicht werden müssen. Und diese Voraussetzungen erfordern manchmal größere Veränderungen, wie zum Beispiel den Vertrag von Lissabon. Eine der größten Vertragsreformen der Europäischen Union, die 2009 in Kraft getreten ist und nicht nur die Zusammenarbeit, die Arbeit in der Europäischen Union verändert hat, sondern zum Beispiel auch die Grundrechtecharta mit sich gebracht hat, als verbindlichen Rahmen. Ohne diesen vertraglichen Rahmen und die Grundrechtecharta wäre zum Beispiel ein großer Schritt der Gesetzgebung in der Europäischen Union, an dem ich mitbeteiligt war, nämlich die Datenschutzgrundverordnung, nicht entstanden. Und das ist ein Schritt, mit dem die Europäische Union auch gezeigt hat, dass sie als gemeinsamer Markt weltweit Standards setzen kann. Also ein richtig großer Fortschritt. Die Frage der Reform von Verträgen, die Frage, was sind eigentlich die vertraglichen Rahmenbedingungen, spielt also eine ganz zentrale Rolle bei der Frage, wie kommen wir voran in bestimmten Politikfeldern. Genauso übrigens, das will ich auch sagen, hat die Erweiterung von 2004, die große Osterweiterung, auch der Beitritt Polen zum Beispiel zur Europäischen Union, als letzte große Erweiterungsrunde einen massiven Einfluss meines Erachtens darauf gehabt, wie zum Beispiel die Datenschutzgrundverordnung geworden ist. Denn mit Ländern wie Polen, aber auch Tschechien sind Länder mit in diese Union gekommen, bei denen der Wert des Datenschutzes, der Privatsphäre eine große Rolle gespielt hat. Das mag man zwischenzeitlich vergessen haben mit Blick auf Polen hier und da, dass solche Werte so eine starke Rolle gespielt haben, aber die sind da und die haben eine starke Rolle gespielt. Und ich sage das deswegen, weil Erweiterung deswegen eben auch nicht etwas ist, über das man sozusagen statisch oder nur mit Blick auf den Binnenmarkt schauen kann und das konnte man auch nie, sondern das hat immer auch etwas mit der Wertebasis und der Frage, wie verändert sich auch die Europäische Union, wie verändert sich Europa weiter, indem es sich erweitert. Das heißt, auch neben der Reform von Verträgen und der Frage, was ist der Rahmen, in dem Europa handelt, spielt auch die Frage, wer ist Europa und wie verbreitern wir möglicherweise eben auch die Basis für Europa eine zentrale Rolle. Und genau das steht uns jetzt eigentlich auch wieder bevor, wenn wir darüber reden, wie soll Reform, wie soll Erweiterung in Europa weitergehen. Und ich bin davon überzeugt, dass es weitergehen muss und dazu gibt es genügend Anlässe, nicht nur die aktuelle Situation mit dem Krieg gegen die Ukraine und unsere Erkenntnis, dass wir natürlich ein viel breiteres Interesse haben müssen, die Sicherheitsarchitektur zu erweitern, die Basis auch in Osteuropa zu verstärken, sondern eben zum Beispiel auch mit Herausforderungen, wie wir sie aktuell sehen, angesichts großer Investitionsnotwendigkeiten in die Infrastruktur, in die Zukunft unserer Wirtschaft. Herausforderungen wie den Klimaschutz, aber eben auch die langfristige Stabilität unserer Sicherheitsarchitektur. All das braucht Finanzmittel zum Beispiel. Die Frage, wie auch der Zusammenhalt und wie die sozialen Rahmenbedingungen in Europa existieren. All das braucht ein neues Fundament. Und es wird nur möglich sein, das weiter zu gestalten, wenn wir über eine Vertiefung auch der Europäischen Union nachdenken. Und es wird meines Erachtens auch nur im Einklang mit den notwendigen Schritten der Erweiterung gehen. Es hängt miteinander zusammen und das werden wir diskutieren heute Abend. Und ich freue mich, dass Sie alle mit dabei sind. Ich glaube, es ist wichtig, dabei immer wieder im Blick zu haben, gerade vor so einer Wahl, dass es unglaublich schwer ist, manchmal diese komplexen und dann auch manchmal sehr theoretischen europäischen Zusammenhänge runterzubrechen auf das, was eigentlich die oder den einzelnen BürgerInnen dabei betrifft und wie Bürgerinnen und Bürger in Europa eigentlich damit in Kontakt treten. Das heißt, es wird uns auch darum gehen, das vielleicht ein Stück weit zu vermitteln. Was bedeutet das eigentlich für die Bevölkerung, für die Menschen, die dann auch zur Wahl gehen sollen? Und ich hoffe, dass wir viele Fragen hier auf dem Podium gemeinsam beantworten, aber es gibt auch dann am Ende die Gelegenheit, sowohl in einem Q&A, also mit Fragen und Antworten hier auch nochmal an die Runde vielleicht das eine oder andere zu vertiefen oder im Anschluss dann auch bei ein paar Getränken im Foyer das fortzuführen. Mit diesen Worten möchte ich unsere Gäste zu uns einladen und muss dazu einmal kurz auf meinen Spickzettel schauen. Wir haben Dr. Thu Nguyen hier bei uns. Sie ist von dem Jacques Delors Center hier in Berlin und hat an der Uni Maastricht zum Verfassungsrecht der Europäischen Union gearbeitet, ein Bereich, der mir recht nah ist. Ich habe mal am Walter-Heilstein-Institut mitgearbeitet für europäisches Verfassungsrecht und sie war zuletzt auch Mitglied der deutsch-französischen Expertengruppe für die institutionelle Reform der Europäischen Union und ist jetzt also am Jacques Delors Center für den Bereich der institutionellen Fragen zuständig. Herzlich willkommen hier mit in der Runde und bitte gerne direkt mit nach vorne kommen. Einfach wo es passt. Die zweite Person, die ich willkommen heißen möchte, ist Piotr Buras. Er ist der Büroleiter des Warschauer Büros des European Council on Foreign Relations und in diesem Zusammenhang auch Senior Policy Fellow beim ECFR, so wird er abgekürzt. Zu seinen Themenschwerpunkten gehören die deutsche und EU-Außenpolitik, Polen in der EU und die EU-Politik und er ist auch Journalist und hat hier für die Gazette Viboscha lange gearbeitet. Auch Ihnen herzlich willkommen hier mit in der Runde. Ich setze mich einfach mal in die Ja, ich freue mich sehr, Sie beide hier bei uns zu haben, mit in der Diskussion. Ich habe ja jetzt schon ein paar Worte vorab gesagt. Ich will es deswegen gar nicht so lange machen, um in die erste Frage vielleicht einzutreten, nämlich die Frage natürlich, haben wir bei dem Thema Reform und Erweiterung der EU eigentlich so ein Henne-Ei-Problem. Das ist ja eigentlich immer wieder aufgetreten. Alle kriegen es ja auch immer wieder zu sagen, naja, erst muss irgendwie die Union vertieft werden, bis wir wieder neue Mitglieder aufnehmen können. Dann ist uns plötzlich klar geworden, wir müssen doch schneller sein mit der Erweiterung. Da wird sozusagen die Reform jetzt auf die lange Bank möglicherweise geschoben. Wie kommen wir aus diesem Henne-Ei-Verhältnis eigentlich raus? Und muss das so sein? Ist da wirklich ein schwieriges Verhältnis oder ist das manchmal auch vorgeschoben? Vielleicht fangen wir bei Ihnen direkt an. Sehr gerne. Ich würde sagen, Erweiterung und Reform sind vor allem zwei Seiten einer Münze. Das sind ja zwei Aspekte, die zusammen gedacht werden können und zusammen gedacht werden sollen, dass wir uns erweitern, können aber parallel und Hand in Hand auch Reformen angehen. Und natürlich gab es die Debatte um Reformen immer wieder von verschiedenen Akteuren, auch in letzter Zeit. Aber was wir gesehen haben, war, dass es wirklich erst die Erweiterung war, die diese Debatte um Reformen wirklich vorangebracht hat. Wir hatten die Konferenz der Zukunft Europas, wir hatten verschiedene Vorschläge durch das Europäische Parlament. Es kam immer wieder mal auf, aber der Push, den es benötigt hat, war ja jetzt die Erweiterungsfrage, die wieder zur Priorität geworden ist. Das heißt, ich würde sagen, die beiden Themen gehören eigentlich zusammen und liegen momentan auch zusammen auf dem Tisch. Ich glaube, ohne die Erweiterungsfrage wären wir nicht dort, wo wir sind, was die Reformen angeht. Aber um uns zu erweitern, brauchen wir auch die Reformen. Das heißt, ich würde sagen, das sind zwei zusammengehörende Themen und das ist nicht Hände oder Ei, sondern zwei parallele Prozesse, die zusammen gedacht werden müssen. Nun ist das ja natürlich gerade in ganz akuten Bereichen, wie zum Beispiel der Außen- und Sicherheitspolitik, ziemlich offensichtlich, dass wir da auch in der Reform weiter vorankommen müssen. Ist das überhaupt möglich, das dann gleichzeitig mit so einer Erweiterung zu gestalten? Wird man sich da nicht irgendwann sehr schnell blockieren oder vielleicht übernehmen? Herr Buchers? Achso, ja bitte, ich gebe Ihnen Ihr Mikro. Dankeschön. Naja, ich habe vielleicht eine etwas andere Perspektive auf diese Frage, weil vielleicht reflektiert sie ein bisschen auch das Denken in Polen, in einem Land, das unabhängig davon, dass wir jetzt eine neue Regierung haben, etwas skeptisch geblieben ist, wenn es um diese Reformdebatte geht. Ich würde sagen, dass wir hier schon, also Thu hat natürlich recht, also diese beiden Debatten gehören zusammen und historisch gesehen auch. Also wir hatten da bei der früheren Auserweiterung hatten wir auch einen neuen Vertrag gleich danach und eine Vertiefung der europäischen Integration. Aber gleichzeitig müssen wir auch die Frage stellen, was erstens, welche Reformen brauchen wir tatsächlich, um die Europäische Union zu erweitern. Und da sind wir bei Ihrer Frage nach der Außenpolitik. Und zweitens müssen wir auch einsehen, dass es schon Länder gibt, die grundsätzlich davon überzeugt sind, dass die Europäische Union weitgehende Reformen braucht im institutionellen Bereich oder im Policy-Bereich, also das heißt EU-Haushalt oder Wettbewerbspolitik oder in anderen Bereichen und solche, die sich dagegen streben. Und ich glaube, bei dieser Debatte, die wir heute haben, sieht man sehr wohl, dass es Länder gibt, die viel mehr Wert auf die Erweiterung legen und solche, die die Erweiterungsdebatte dazu nutzen wollen, um einen Fortschritt in dieser anderen Dimension in der Reformdebatte zu erzielen. Und ich glaube, es gibt hier ein Spannungsverhältnis. Also natürlich gehören diese Debatten zusammen, aber an diesem Beispiel, da können wir zum Beispiel auch Ihre Frage hier nehmen, um zu untersuchen, inwieweit tatsächlich dieses Argument stichhaltig ist, dass man zum Beispiel die Stimmenabstimmungsregeln ändern soll. Also formal muss man das nicht tun. Also der Vertrag, den wir heute haben, ist ausreichend, um die neuen Mitglieder, eventuell neuen Mitglieder zu integrieren. Also da gibt es keinen formalen Zwang zur institutionellen Reform. Ob die Europäische Union mit Einstimmigkeit in außen- oder sicherheitspolitischen Fragen leben kann, da bin ich ehrlich gesagt gespalten in dieser Frage. Also ich glaube, ich stimme zu. Also wenn wir noch mehr Länder haben, die ihr Veto einlegen können gegen bestimmte Entscheidungen, dann haben wir natürlich mehr Veto-Möglichkeiten. Aber wir haben schon 27 Länder und wir kommen sehr oft irgendwie zu Beschlüssen. Wir erzielen irgendwie Einigung, Einigkeit in vielen Fragen. Das ist sehr oft sehr kompliziert, sehr schwierig, problematisch. Ich bin auch selbst immer super aufgeregt, wenn ich sehe, wie sich Viktor Orban im Rat verhält. Gleichzeitig muss man aber sagen, es gibt nur eins, was schlimmer ist als eine Europäische Union, die keine Entscheidung treffen kann. Und das ist eine Europäische Union, die eine Entscheidung trifft, aber sie dann nicht umsetzen kann. Und das ist ja auch einige Male passiert, auch wegen meines eigenen Landes, zum Beispiel in der Migrationsfrage. Es gab diese Entscheidung 2015 über die Verteilung der Migranten oder Flüchtlinge in Europa, ist auf der Grundlage des Vertrags getroffen worden. Also Polen, Ungarn und andere Länder haben zwar diese rechtliche Grundlage infrage gestellt, aber das ist ja vom Europäischen Gerichtshof zurückgewiesen worden. Also das war eine absolut legale Entscheidung, getroffen mit qualifizierter Mehrheit. Und dann haben die Länder diese Entscheidung einfach ignoriert, nicht umgesetzt, abgelehnt und es ist nichts passiert. Also der ÖGH hat gesagt, das war nicht rechtens. Aber also insofern, man muss auch diese praktische Frage auch stellen, wie weit kann man gehen und inwieweit eben diese Vereinfachung der Entscheidungsfindung tatsächlich diese Ziele erreichen, die wir uns gesteckt haben. Wir sehen ja auch mit Blick auf die Länder, die jetzt sozusagen neu hinzukommen sollen, dass das nicht ganz ohne Herausforderungen sein wird. Also ein Land, das jetzt sozusagen beitreten möchte und soll, ist ja die Ukraine. Das wäre flächenmäßig, glaube ich, der zweitgrößte Mitgliedstaat mit, ich glaube, auch etwa 30 Millionen Einwohner. Und das ist natürlich schon eine ziemliche Veränderung der Union. Also jetzt gerade vor allen Dingen auch so agrar geprägt mit Blick auf die ja doch relativ wichtige Agrarpolitik der Europäischen Union. Wie kann man mit diesen Herausforderungen umgehen und wie sieht es eigentlich mit den anderen Ländern aus? Vielleicht können wir auch noch mal kurz einmal rekapitulieren, um welche Länder es eigentlich insgesamt geht. Ja, natürlich würde eine Erweiterung die Europäische Union verändern und ich glaube, da müssen wir aber auch, wenn es um die Auswirkungen geht, unterscheiden zwischen einem sehr großen Land wie die Ukraine oder um viele kleine Länder, wie etwa die Länder des westlichen Balkans, weil die Auswirkungen natürlich anders sind. Hat man viele kleine Länder, die beitreten, dann hat man mehr Veto-Player in der EU. Ist es ein sehr großes Land, verändert das natürlich noch mal stärker die Stimmverteilung im Europäischen, im Rat, aber auch im Europäischen Parlament. Das heißt, die Auswirkungen sind unterschiedlich, je nachdem, welche Länder beitreten. Aber es stimmt natürlich, dass die Europäische Union eine andere wäre, wenn sie bis zu zehn mehr Mitgliedstaaten hat und natürlich auch eine andere Machtverteilung innerhalb der Institutionen und vor allem auch eine geografische Ausdehnung in Richtung Osten. Es hat auch finanzielle Auswirkungen, das müssen wir auch ganz klar sagen. Das sind jetzt natürlich vor allem Länder, die ärmer sind als der europäische Durchschnitt momentan. Ich glaube, manche der Berichte oder manche der Berechnungen, was die finanziellen Auswirkungen wirklich wären, und das ist ja eine große Sorge, dass die Erweiterung jetzt finanziell eine riesige Belastung wird für die Europäische Union. Ich glaube, manche dieser Berichte sind etwas alarmistisch. Es kostet auf jeden Fall etwas. Es werden Kosten, die auf die Europäische Union zukommen, aber wenn man sich den Haushalt anschaut und auch die Europäische Union momentan funktioniert und der EU-Haushalt funktioniert, ist es schon so, dass die EU Mechanismen hat, um mit der Erweiterung umzugehen. Es gibt Mechanismen im Haushalt, um zu höhere Belastungen abzumildern. Es gibt Übergangsfristen für neue Mitgliedstaaten. Es gibt Grenzen, wie viel ein neuer Mitgliedstaat bekommen kann, aber auch Grenzen, wie viel ein jetziger Mitgliedstaat verlieren kann an EU-Geldern, wenn man es mit der vorherigen Periode vergleicht. Das heißt, ich glaube, es gibt all diese Auswirkungen, aber man muss auch sehen, dass die EU Mechanismen hat, um mit Erweiterungen umzugehen und auch Auswirkungen abzumildern. Und eine große Frage, wie das institutionell abgemildert werden kann, ist dann natürlich diese große Frage um Reformen. Müssen wir uns die Kommission anschauen? Müssen wir uns die Entscheidungsverfahren im Rat anschauen? Müssen wir uns die Zusammensetzung des Europäischen Parlaments anschauen? Das sind ja alles Fragen, die dann politisch gleichzeitig oder parallel zu der Erweiterungsfrage dann diskutiert werden müssen. Das heißt, im gewissen Maße hat die Europäische Union oder die Mitgliedstaaten, die jetzt in der EU sind, auch ein wenig Kontrolle darüber, was die Auswirkungen dann wirklich wären. Sie haben jetzt auch noch mal die Kosten betont, was es auch kostet, eine Erweiterung vorzunehmen. Nun, es ist natürlich trotzdem so, man bekommt ja auch irgendwie was dafür. Also sowohl wir als Europäer insgesamt als auch der jeweilige Mitgliedstaat, der beitritt. Was sind eigentlich sozusagen die Benefits dieser Erweiterung? Kann man das vielleicht auch mit Rückblick auf die letzte Osterweiterung versuchen, mal zu benennen? Es gibt ja dann auch noch Kosten in die Zukunft. Also was würde passieren, wenn wir nicht die Erweiterung täten? Was könnte uns sozusagen die Alternative kosten? Das wäre noch mal interessant, vielleicht auch von Ihnen rückblickend zu schauen. Naja, ich glaube, das ist tatsächlich eine Frage, die viel zu wenig in der Öffentlichkeit erörtert wird. Also was sind eigentlich, was sind die Kosten der Nichterweiterung und was wären die Kosten der Nichterweiterung und wie profitiert auch die gesamte Europäische Union von den neuen Ländern? Ich glaube, das ist ja, wenn ich aus meiner polnischen Warte spreche, dann ist es ja offensichtlich, dass Polen ein großer Nutznießer der europäischen Integration gewesen ist. Also dass wir, es gibt, also ich könnte Ihnen Zahlen geben, wie viel da pro Jahr irgendwie der polnische BIP gewachsen ist. Aber ich glaube, das ist, es geht wirklich nicht darum. Also das ist lässig. Man kann das ökonomisch irgendwie mit den komischen Daten unterfüttern. Aber ich glaube, was wichtiger ist, ist aus der Sicht der jetzt der Kandidatenländer oder aus der Sicht der neuen Mitgliedstaaten, also die Tatsache, dass man sich auf einen Pfad begeben hat, eine gesellschaftliche und ökonomische Transformation, eine Verankerung im Westen, in Europa, das hat sicherheitspolitische Folgen, das hat, wir könnten uns ausmalen, wie jetzt Mittel- und Osteuropa aussehen würde, wenn wir die letzte Osterweiterung nicht hätten und was für Folgendes für die, auch sicherheitspolitisch für den Rest Europas hätte. Aber ich glaube, eben diese andere Perspektive von Deutschland aus oder Frankreich oder anderen Ländern, also ich glaube, das wird viel zu wenig diskutiert, welche Nutzen auch wirtschaftlicher Natur diese Länder davon haben. Und das Gleiche gilt jetzt zum Beispiel für die Ukraine. Also wir haben jetzt eine, wie Sie wissen, wahrscheinlich eine sehr intensive Debatte in Polen über die Importe der Agrarprodukte aus der Ukraine. Es wird protestiert, die Grenze wird blockiert und im Vordergrund steht wieder diese Frage nach den Kosten, nach den negativen Folgen. Aber langsam wird auch in Polen, in der polnischen Gesellschaft, in den Wirtschaftskreisen realisiert, dass Polen wie kein anderes Land eine Blackbox ist. Also das ist nicht so, dass wir ein nationales Interesse haben, in dem, dass wir die Grenze schließen oder öffnen, dass wir die Agrarprodukte einführen oder nicht. Es gibt unterschiedliche Interessengruppen, die unterschiedlich von zum Beispiel von der EU-Erweiterung um die Ukraine profitieren würden. Die meisten würden sehr wohl davon profitieren. Und das Gleiche gilt für ganz Europa, für die Europäische Union. Die Konsumenten würden von billigeren Lebensmitteln profitieren. Wir sind doch nicht alle Bauern oder Lebensmittelproduzenten. Die Firmen werden von Investitionen profitieren. Die Öffnung des Marktes schafft sehr große Möglichkeiten für wirtschaftliche Aktivitäten. Also das ist alles, was nach der Osterweiterung eingetreten ist. Und wenn man heute mit den Wirtschaftsverbänden in Deutschland spricht oder in anderen Ländern, sie können sich irgendwie die deutsche Wirtschaft ohne Polen oder ohne Tschechische Republik, ohne die Slowakei, Ungarn gar nicht vorstellen. Also das wäre eine absolute Katastrophe, der Handel mit diesen Ländern, die Investitionsmöglichkeiten. Das ist ja alles, was, jetzt spricht man von einer Krise des deutschen Wirtschaftsmodells, aber diese Krise wäre wahrscheinlich 20 Jahre her eingetreten, hätte es die Osterweiterung nie gegeben. Und ich glaube, das ist jetzt, das sollte eine Lehre sein für uns alle, dass wir auch diese Debatte über die Kosten, Nutzen der EU-Erweiterung etwas differenzierter führen sollen und nicht nur mit diesen Zahlen hantieren, wie viel das der EU, den EU-Haushalt kosten würde. Das ist wirklich ein Nonsens, irgendwie in diesen Kategorien über die Nutzen oder Kosten der EU-Erweiterung zu sprechen. Da sind im Falle der Ukraine 18 oder 19, also laut den, glaube ich, glaubwürdigsten Schätzungen, 18 Milliarden Euro pro Jahr. Das ist im europäischen, für den europäischen Haushalt, das ist ja ein Bruch, das ist wirklich, wie viel ist das? Ein Prozent des Haushalts, zwei Prozent vielleicht. Also das ist wirklich, das sind keine Kosten, die nennenswert sind. Und da sind, die sind auch nicht, die würden wahrscheinlich in den ersten Jahren auch wesentlich niedrig ausfallen. Also ich würde auch dafür zu plädieren, diesen Blick ein bisschen weiter zu öffnen. Nun gibt es natürlich neben der Kostenfrage, die im Raum steht und diesen möglichen Gewinnen, die man dann auch erfährt, eine Reihe von Voraussetzungen für den Beitritt dieser Länder. Sie hatten schon gesagt, Westlicher Balkan auch, wir reden über Georgien, Moldau und in vielen dieser Länder sind die Voraussetzungen natürlich noch nicht erreicht. Also die Frage stellt sich, über welchen zeitlichen Horizont reden wir möglicherweise jetzt eigentlich, wenn es um diese Erweiterung geht und was müssen eigentlich die Länder mittlerweile dabei liefern? Es hat sich ja auch ein Stück weit verändert über die Jahre. Nicht jedes Land in der Europäischen Union musste sozusagen zum Beitritt schon jetzt die Kriterien erfüllen, die jetzt angelegt werden. Was sind das für Kriterien und welche Perspektive zeitlich kann man da anlegen? Darf ich vielleicht noch ganz kurz ergänzen zu Piotr? Das stimmt, ich stimme völlig zu, was er sagt zu den wirtschaftlichen Vorteilen einer Erweiterung, was glaube ich ganz besonders für diese Erweiterungsrunde ist. Und die Erweiterungsfrage momentan ist ja auch die geopolitische Lage, in der wir sind. Also die Erweiterung ist momentan ja vor allem auf der Agenda und die neue Priorität aus, und die Rede ist immer von aus geostrategischer Notwendigkeit. Das war der Krieg, der das ausgelöst hat. Die Ukraine hat sehr kurz danach Mitgliedschaft beantragt und die EU hat ja in einer für sie Rekordzeit den Bewerberstatus verliehen. Das heißt, wir müssen, glaube ich, auch diese Frage Cost of Inaction, Cost of Non-Action in dem Kontext betrachten und fragen, was würde denn passieren, wenn wir unsere Nachbarschaft nicht stabilisieren, wenn wir diese Länder nicht näher uns binden, wenn wir keine Perspektive geben, wie viel Einfluss von Drittländern aus Russland, aus China würden wir riskieren. Also es ist nicht nur wirtschaftlich, politisch, sondern es ist wirklich diese geopolitische Lage, in der wir für uns befinden und die Frage, wie groß muss die EU sein, um sich noch behaupten zu können in der Welt und müssen wir nicht wachsen, um stärker zu werden. Das vielleicht kurz dazu. Es stimmt natürlich, also es gibt diese geostrategische Notwendigkeit, sich sehr schnell zu erweitern und da voranzukommen, aber es stimmt natürlich, dass der Prozess sehr schwierig ist. Es ist ein sehr langer Prozess, es gibt sehr viele Kriterien, die die Beitrittskandidaten erfüllen müssen. Das sind die Kopenhagener Kriterien, das sind vor allem drei Überkategorien. Politische Stabilität, eine funktionierende Marktwirtschaft und dann die Einbettung, Umsetzung der europäischen Gesetze. Das sind ja sehr, sehr, sehr viele. Und der Prozess ist tatsächlich sehr lang und vor allem auch voller Veto-Möglichkeiten. Und das ist auch das Schwierige, dass sowohl der Reformprozess als auch der Erweiterungsprozess ist voller Veto-Möglichkeiten. Irgendwer sagte mal, bei dem Erweiterungsprozess seien es 70. Und das ist, weil die Kandidatenländer müssen immer bestimmte Kapitel unter diesen Kategorien umsetzen. Die Kommission bewertet das, aber um die Kapitel schließen zu können, braucht es Einstimmigkeit der jetzigen Mitgliedstaaten. Das heißt, es ist auch ein sehr politischer Prozess und einer, der für manche Beitrittskandidaten ja auch schon sehr lange andauert, teilweise 20 Jahre. Was jetzt ein realistischer Zeitraum ist in die Zukunft, schwierig zu sagen, weil es natürlich auch darauf ankommt, wie schnell diese Reformen umgesetzt werden. Das ist ja ein leistungsbasierter Prozess, ein merit-based Prozess. Es gab natürlich diese 2030 Aussage des Präsidenten des Europäischen Rats, Jean-Michel. Auch wir in der Gruppe haben 2030 reingeschrieben, aber nicht als Zeitraum, wann die Erweiterung passieren soll, sondern mehr als Zeitraum, bis wann die Europäische Union versuchen sollte, bereit zu sein, sich zu erweitern. Ich glaube, es wird ein sehr langer Prozess. 2030 ist sehr optimistisch. Ich würde von länger ausgehen. Jetzt haben Sie schon auf diese Kommission noch mal verwiesen, wo Sie also mitgearbeitet haben. Ich glaube, von den beiden Europastaatsministerinnen Anna Lührmann und Laurence Bohn, deutsch-französisch aufgesetzt, haben das Ziel 2030 verbunden mit der Aussage, wann Europa bereit sein sollte, diese Erweiterung zu gehen. Heißt das im Grunde genommen, dass das, worüber wir jetzt vielleicht dann auch noch mal vertieft reden sollten, die Reformen und Vertiefungen der Union eigentlich vorher abgeschlossen sein muss, bevor diese Länder tatsächlich beitreten können? Ist das eigentlich die Voraussetzung? Also natürlich findet das jetzt parallel statt, aber ist das schon so miteinander verbunden, auch in Ihrem Vorschlag? In unserem Bericht ist das miteinander verbunden. Wir sagen, die EU muss sich reformieren. Die beiden Prozesse sollen parallel laufen, aber bevor die neuen Mitgliedstaaten eintreten, soll sich die EU reformiert haben, um erweiterungsbereit zu sein. Um welche Reformen muss es da eigentlich gehen? Vielleicht können Sie uns da auch noch mal einen Einblick in das Papier geben und deutlich machen, was sind denn eigentlich diese Punkte, die auch abgehakt werden sollten, bevor eine solche Erweiterung dann tatsächlich in Kraft tritt? Aus meiner Sicht sind das vor allem drei Punkte, die wichtig sind. Und ein Punkt ist in unserem Bericht auch ganz klar herausgestellt als der wichtigste Teil und das ist die Frage der Rechtsstaatlichkeit. Wie können wir Rechtsstaatlichkeit in der Europäischen Union garantieren und wie können wir sie auch so garantieren, dass wir mit mehr als 27 Mitgliedstaaten unsere Werte schützen können? Und wir sehen natürlich momentan, dass wir mit manchen Mitgliedstaaten extrem große Probleme haben. Ein Mitgliedstaat ist jetzt wieder auf dem Weg zurück, aber es ist auch nicht so einfach. Also wir sehen auch, dass selbst wenn sich die politischen Verhältnisse ändern, dass es gar nicht so einfach ist, wieder zu rechtsstaatlichen Prinzipien zurückzukehren. Ungarn bleibt natürlich weiterhin ein Problem und das ist, glaube ich, eine extrem wichtige Frage. Wie können wir rechtsstaatliche Prinzipien im Erweiterungsprozess schützen? Das ist ein Ticken einfacher tatsächlich, weil der Hebel der EU sehr stark ist, solange die Mitgliedstaaten oder die Länder noch keine Mitgliedstaaten sind. Und die zweite Frage ist, wie können wir die Instrumente der EU so stärken, dass wir sie auch in Zukunft schützen können und dass wir sie auch mit mehr Mitgliedstaaten schützen können? Und in unserem Bericht ist die Rechtsstaatlichkeit tatsächlich auch ein eigenes Kapitel, weil wir gesagt haben, das ist so wichtig und so fundamental für das Funktionieren der Europäischen Union, für den Binnenmarkt, für die EU als Ganzes, dass wir es nicht als eines von fünf Reformkapiteln haben wollen, sondern als eigenes Kapitel ganz vorne. Die zweite Frage ist natürlich diese große Frage der Handlungsfähigkeit der EU. Wie kann die EU Entscheidungen treffen, wenn sie selbst mit bis zu 36, 37 Mitgliedstaaten und Piotr hatte es schon gesagt, da geht es natürlich vor allem um die Frage des Vetos beziehungsweise der koalizierten Mehrheitsentscheidung. Das ist ein Bereich, der auch sehr kontrovers ist, ob man wirklich koalizierte Mehrheitsentscheidungen ausweiten müsste oder nicht. Unsere Empfehlung war die Ausweitung der koalizierten Mehrheitsentscheidung. Hier muss man dazu sagen, schon in den allermeisten Politikfeldern existiert, aber zum Beispiel jetzt noch nicht in der Außen- und Sicherheitspolitik oder bei Vertragsänderungen. Genau. Für Vertragsänderungen haben wir das nicht empfohlen. Wir haben gesagt, nur die Politikentscheidungen, nicht die verfassungsrechtlichen Entscheidungen. Und tatsächlich gibt es koalizierte Mehrheitsentscheidungen schon in den meisten Bereichen. Und auch dort, wo es koalizierte Mehrheitsentscheidungen gibt, wird oft mit Konsensus entschieden. Also Mitgliedstaaten überstimmen sich auch gar nicht so gerne. Es gibt Beispiele, wo das passiert und wo es dann danach nicht gut läuft. Aber grundsätzlich ist die EU ja auch eher ein konsensusorientierter Organisation. Gleichzeitig wissen wir aber auch, wie schwierig diese Frage ist. Und es ist natürlich aus deutsch- und französischer Perspektive mal einfach zu sagen, lass uns koalizierte Mehrheitsentscheidungen einführen, weil wir sind ja zwei sehr große Länder. Wir haben viel Stimmrecht. Deswegen haben wir auch mit vielen Experten aus anderen Ländern gesprochen und Vorschläge gemacht, wie diese Auswirkungen auf auch kleinere Mitgliedstaaten abgemildert werden könnte. Ich sage ja immer, Veto und qualifizierte Mehrheitsentscheidungen sind ja nicht binär. Wenn man wirklich an die Verträge rangeht, könnte man ja auch nochmal darüber nachdenken, wie man qualifizierte Mehrheitsentscheidungen berechnet. Wie sollten die Stimmanteile denn aussehen und könnte man da auch Anteile oder Berechnungen finden, die für die kleineren Mitgliedstaaten vorteilhafter sind. Also da ist ja auch, wenn man an die Verträge gehen würde, etwas Spielraum. Und dann der dritte Bereich, den ich als sehr wichtig sehe, ist die Haushaltsfrage, die Budgetfrage. Was machen wir mit dem EU-Budget? Nicht nur mit Hinblick auf Erweiterung, das wird natürlich eine Herausforderung sein und da haben wir eben kurz darüber gesprochen, die neuen Mitgliedsländer zu integrieren. Aber Erweiterung ist ja nicht die einzige Herausforderung, die auf die Europäische Union zukommt. Also wir reden hier ja von Klimafragen, industriepolitischen Fragen, Sicherheitsfragen und allen Fragen unterliegt die Frage, wie finanzieren wir das? Und vor allem, wie finanzieren wir das auch mit Hinblick darauf, dass der Wiederaufbaufonds, der während der Pandemie aufgesetzt wurde, 2026 ausläuft? Das heißt, wir haben ja auch diese fiskalische Klippe, die in weniger zwei Jahren auf uns zukommen und gleichzeitig aber immer mehr und mehr Bereiche, die finanziert werden müssen und potenziell im nächsten langjährigen Haushalt vielleicht auch schon die Erweiterung. Das heißt, ich glaube, da ist auch noch ein Bereich, der auf jeden Fall viel Nachdenken braucht. Nicht nur institutionell, sondern auch die Frage, wie werden die Politiken finanziert? Müssen wir über die europäische Agrarpolitik nachdenken? Und Sie hatten die Ukraine erwähnt, aber auch natürlich Kohäsionspolitik. Wenn mehr ärmere Länder reinkommen, wie verteilt sich das? Wir haben noch mehr Vorschläge gemacht, aber das sind, glaube ich, so die drei Felder, wo ich sage, das sind die dringendsten. Ja, ich spiele den Ball einfach mal direkt zu Piotr Buas rüber, auch vielleicht mit der Frage nach dem Perspektivwechsel, weil das ist nun mal jetzt ein Kommissionsvorschlag von deutsch-französischer Perspektive. Mittlerweile schielt man ja wieder mehr aufs Weimarer Dreieck, um eben sozusagen auch eine weitere Perspektive über die neue polnische Regierung damit einzubinden. Aber trotzdem wäre es ja nochmal interessant jetzt zu hören, wenn jetzt aus Polen oder auch aus dem Baltikum mal die Gedanken gespielt werden, wie ist denn da der Blick mit Blick auf diese Reformvorschläge und auf das, was eigentlich notwendig wäre? Also der Blick ist ziemlich skeptisch, weil aus mehreren Gründen. Also ich glaube, der eine Grund ist, dass in diesem Streben nach einer neuen institutionellen Reform wird so oft tatsächlich einen Versuch gesehen, die Erweiterung der Europäischen Union auf die lange Bank zu schieben. Also ich glaube, das ist, also ich stimme zu natürlich, dass diese, wie ich schon vorhin gesagt habe, dass diese zwei Prozesse zusammengedacht werden müssen. Aber das sind natürlich, weil wir müssen uns vergegenwärtigen, was für eine Message, was für eine Botschaft das ist, wenn wir sagen, auch gegenüber den Kandidatenländern, ja, das ist ein merit-based Prozess. Das heißt, wenn ihr eure Anstrengungen macht und wenn ihr Reformen durchgesetzt habt in euren Ländern, dann seid ihr berechtigt, der Europäischen Union beizutreten. Aber unter der Voraussetzung, dass wir unsere Reformen gemacht haben. Und viele von diesen Reformen, von denen Tu gesprochen hat, also vielleicht nicht viele, aber einige, erfordern eine Vertragsreform. Um den EU-Vertrag zu reformieren, müssen sich darauf alle Mitgliedstaaten einigen, inklusive Ungarn. Und der Neuvertrag muss dann auch in diesen alten Ländern verabschiedet angenommen werden. Das sind Parlamenten, manchmal Referenten und so weiter. Also das ist ein sehr langwieriger Prozess. Also ich, ehrlich gesagt, wahrscheinlich hier gibt es keinen Dissens zwischen mir und Tu. Also ich glaube, die Perspektive, dass die EU einen neuen Vertrag beschließt in den kommenden Jahren, sodass eventuell ein Beitritt 2030 möglich wäre, naja, das wäre sehr optimistisch zu glauben. Ich glaube, die Stimmung ist eine völlig andere. Also ich glaube, jeder EU-Vertrag, also stellen Sie sich eine Abstimmung in Frankreich vor, auch in Deutschland oder Österreich oder Polen. Also ich bin da, also ich glaube, eine Vertragsreform wird nicht kommen. Und da bin ich zurück bei dieser Frage, was für eine Botschaft wir schicken, wir senden an die Kandidatenländer. Ich glaube, diese Frage ist wichtig, weil wir das schon auf dem Balkan gesehen haben, wie frustriert die Länder sind. Die Gesellschaften sind mit dem Erweiterungsprozess. Die Zustimmung zu Europa ist wahnsinnig gesunken in allen diesen Ländern, nicht nur in Serbien, in Montenegro, in Mazedonien, in Albanien. Also da glaubt keiner mehr, dass diese europäische Perspektive noch glaubwürdig ist. Und wir erwarten von diesen Ländern, dass sie Reformen machen. Aber wir können ihnen nicht wirklich versprechen, dass wenn sie diese Reformen gemacht haben, dass sie der EU beitreten, weil möglicherweise werden wir gar nicht dazu bereit sein, sie aufzunehmen. Und wenn wir, also ich glaube, das ist ein Teufelskreis. Aber wenn wir jetzt mit dieser Ansage kommen und sagen, ja, irgendwann werden wir die EU reformieren und erst dann werdet ihr es schaffen, in die EU zu kommen, dann fürchte ich, dass auch im Hinblick auf die Ukraine können wir das Gegenteil des Zitens, was wir beabsichtigen. Und ich bin, ich habe das jetzt so formuliert, aber ich bin grundsätzlich nicht gegen Reformen der EU. Aber das eine, was ich sagen würde, ist, dass wir, wir sollten uns auf diese Reformen konzentrieren, die unterhalb der Schwelle der EU-Vertragsreformen möglich sind. Zweitens auf solche Reformen, die man eventuell tatsächlich mit der Erweiterung verbinden kann, auf eine Art und Weise, die die Gruppe METU auch vorgeschlagen hat. Das heißt, in den Beitrittsverträgen kann man bestimmte Reformen verankern, sodass sobald das erste Beitrittsland die EU beitritt, eben die Reform automatisch quasi durchgeführt wird oder durchgesetzt wird. Und ich glaube, dass wir, dass diese Perspektive, die ich hier vorgestellt habe, ich glaube, die ist wichtig, weil wir jetzt schon die Gefahr laufen, dass wir dieses Momentum in der Erweiterungsdebatte verlieren. Also ich glaube, jetzt schon gibt es eine gewisse Fatigue, eine Ermüdung. Zum Beispiel, wir sprechen hier über die bevorstehende Europawahl. Es gibt eine große Angst in den politischen Eliten, dass die Frage nach dem Beitritt oder des Beitritts der Ukraine zur Europäischen Union ein Wahlkampfthema wird. Jeder wird das um jeden Preis vermeiden. Also da will man diese Debatte automatisch wieder auf die lange Bank schieben. Ursula von der Leyen hat angedeutet vor einigen Tagen, dass dieses Verhandlungsmandat der Kommission für die Verhandlungen mit der Ukraine möglicherweise nicht vorgestellt wird, jetzt noch vor der Europawahl. Ich glaube, das ist ja genau die Konsequenz dieser Befürchtung, besser das Thema gar nicht anzutasten, weil sich die Bürger, die Wähler darüber aufregen würden. Und ich glaube, man müsste, also um abschließend, was getan werden muss, also ich sage, was eben alles nicht getan werden sollte, das ist ja keine gute Herangehensweise, glaube ich, aber was getan werden muss. Ich glaube, Tuch hat von diesem Zieldatum gesprochen. Und ich glaube, das ist wichtig. Also ich weiß, dass das umstritten ist, viele sind dagegen, dass die Europäische Union sich ein Ziel setzt und sagt, 2030 zum Beispiel wollen wir bereit sein, die neuen Mitglieder aufzunehmen. Und das ist ja keine Versprechung, dass diese Länder aufgenommen werden, weil das, natürlich müssen sie alle Reformen machen, sie müssen vorbereitet sein, aber wir, das wäre ein Ziel für uns selbst. Also wir müssen uns bis dahin vorbereiten, wir müssen diese Reformen durchziehen, die notwendig sind und wir versprechen euch, 2030 sind wir bereit. Das wäre, da müsste sich die Europäische Union ziemlich weit aus dem Fenster lehnen, aber ich glaube, das wäre politisch wichtig. Und zweitens, man muss auch, das ist was sehr Konkretes, also jetzt mit nächstes Jahr nach der Europawahl wird schon die Diskussion anfangen über den neuen EU-Haushalt. Und man muss den neuen EU-Haushalt, selbst wenn die Erweiterungskonsequenzen oder die Konsequenzen der Erweiterung für den EU-Haushalt nicht so massiv sind, wie viele sagen, dann müssen wir den EU-Haushalt schon neu denken, also mit Blick auf die Erweiterung. Also wir mitdenken, dass möglicherweise 2030 oder in 31 wir mehr Länder haben werden und wir müssen die neuen EU-Haushalte darauf vorbereiten. Das ist auch super schwierig, ich weiß, dass sich alle Politiker dagegen wehren werden, aber ich glaube, das wäre dann auch unsere Aufgabe als Thinktanker oder Bürger, die sich für Erweiterung aussprechen, darauf zu drängen, weil das erstens auch ein Teil der eigenen Vorbereitung der Europäischen Union für die Erweiterung ist. Und zweitens ist es auch ein Signal an die Kandidatenländer, dass wir das ernst meinen. Also wenn wir schon unseren Haushalt vorbereiten für die Erweiterung, das heißt, dass wir tatsächlich, dass das glaubwürdig ist. Wenn wir aber uns vor dieser Debatte drücken und sagen, nein, nein, also der nächste Haushalt ist zwar bis 2034, aber es macht keinen Sinn jetzt noch darüber zu diskutieren, lass uns irgendwie diese Diskussion ein bisschen noch aufschieben, dann setzen wir ein völlig anderes Zeichen, dass wir das eigentlich gar nicht ernst meinen, dass das nicht glaubwürdig ist. Ich muss jetzt trotzdem bei der Reformfrage nochmal nachhaken, weil es kann ja nun auch nicht wirklich im Interesse der mittel- und osteuropäischen Staaten, vor allem der Erdmitgliedstaaten jetzt sozusagen sein, dass man da eine handlungsunfähige Union hat. Also jetzt gerade mit Blick eben auf die Frage von Sicherheit und Verteidigung, auf die Frage auch von, ich würde mal sagen, Infrastrukturinvestitionen und auch internationaler Wettbewerbsfähigkeit, da muss ja ein Interesse da sein. Da sind doch auch Interessen an einer Vertiefung und an einer Handlungsfähigkeit da. Gäbe es nicht Möglichkeiten, dann auch in diesen Ländern Zustimmung für Reformschritte zu erringen, jetzt mal unabhängig davon, ob jetzt auch Österreich und Luxemburg das gut fänden, was die osteuropäischen Staaten da verfolgen würden? Das auf jeden Fall. Also ich glaube, das ist natürlich auch die Frage, was wir unter Reformdebatte verstehen. Also geht es nur um die EU-Institutionen und Verfahren, Abstimmungsmodalitäten und so oder geht es auch um Politik? Ich würde mal sagen, das ist sowieso zum Scheitern verurteilt. Wenn ich nur über Verfahren rede, dann gibt es ja überhaupt kein Interesse daran. Also insofern kann man, ich glaube, man kann diese Debatte gewinnen, nur wenn man sich auf Policies konzentriert. Also ich glaube, es gibt sehr wohl irgendwie sehr viel Spielraum für eine Debatte, zum Beispiel über die Vertiefung des gemeinsamen Marktes in Polen. Aber da gebe ich ein Beispiel, dass das in Polen sehr oft diskutiert wird. Das sind die Wettbewerbsregeln in der EU und die Frage nach den öffentlichen Subventionen. Beihilferegeln. Beihilferegeln. Und wenn man, also was kritisiert wird, dass diese Beihilferegeln jetzt aufgelockert worden sind nach der Pandemie und im Zuge des Russlandkrieges, um die Wirtschaft anzukurbeln, zu stärken, sodass die nationalen Regierungen mehr Beihilfen ihren Unternehmen der Wirtschaft geben können. Das Problem ist, dass Frankreich und Deutschland die stärksten Wirtschaften in Europa sind und natürlich die meisten Subventionen, die Beihilfen eben von diesen Regionen gegeben werden. Polen kann sich das zu diesem Grade gar nicht leisten und die meisten anderen auch nicht. Und das verzerrt irgendwie den Wettbewerb auf dem gemeinsamen Markt und wird sehr heftig kritisiert in den Ländern, die eben nicht so große fiskalpolitische Möglichkeiten haben. Und dann kommen wir zu den Abstimmungsregeln. Und jetzt wird in Deutschland viel stärker darüber diskutiert, dass man die Abstimmungsregeln verändern sollen in einer Situation, wo Deutschland eben viel mehr Einfluss in der EU hat und auch nach dem Brexit die kleineren Länder noch mehr an Einfluss verloren haben. Und vor dem Hintergrund zum Beispiel dieser Debatte über die Beihilferegeln ist es sehr schwierig, in Polen zu argumentieren, jetzt müssen wir noch mehr qualifizierte Mehrheitsentscheidungen treffen. Dann kommen die Kritiker und sagen, naja, aber davon wird Deutschland profitieren. Wächst da das Misstrauen? Wächst das Misstrauen jetzt gerade mit Blick darauf, dass dann die großen Länder sich sozusagen rausretten und die Kleinen auf der Strecke bleiben? Ja, also ich glaube, das Misstrauen ist ziemlich groß. Es wird auch natürlich diese Umstände, die ich jetzt beschrieben habe, werden auch politisch ausgeschlachtet von europaskeptischen Kräften, von denjenigen, die eben die Europa schwächen und nicht stärken wollen. Und sagen, naja, das ist, seht mal, das ist ja ein Paradebeispiel dafür, wie die EU funktioniert. Die Hegemonialmacht Deutschland, da sind die Argumente. Und dann kommt der neue pro-europäische Premierminister Tusk und er muss dagegen argumentieren. Und was macht er in einer solchen Situation? Er hütet sich davor, überhaupt diese Debatte anzufangen. Tu Nguyen, da stellt sich die Frage, inwiefern natürlich jemanden wie Tusk da eine Brücke gebaut werden muss, um dann die Möglichkeit zu haben, auch was Positives in der Veränderung, in der Reform dann zu sehen. Ich meine, die gäbe ist ja diese Ansätze, wenn man jetzt sagt, ein gemeinsames Investitionspaket, dass die Europäische Union nochmal auch in Nachfolge zu Next Generation EU, das letzte große Investitionspaket sozusagen, nach vorne aufstellt, so wie die USA das jetzt auch getan haben. Sehen Sie da ein Möglichkeitsfenster jetzt, dass das auch gerade von Deutschland und Frankreich stärker angeboten wird? Oder braucht es eigentlich eine aktivere Haltung von der deutschen und französischen Regierung an der Stelle? Auch wenn Sie Teil der Kommission dieser beiden Regierungen waren. Vielleicht noch eine kurze Sache zu der Frage Reform und Erweiterung. Es stimmt natürlich, dass diese Verknüpfung von Reform und Erweiterung interpretiert werden kann als ein verstecktes Nein zur Erweiterung. Weil wenn wir uns erst reformieren müssen, dann wollen wir uns erweitern. Wir uns aber nicht reformieren können, dann können wir uns nicht erweitern. Ich finde, man kann es aber interpretieren als die EU nimmt die Erweiterung ernst. Also die Reformdebatte, die jetzt angestoßen wurde, ist glaube ich auch ein Zeichen, dass die EU es ernst mit der Erweiterung wirklich darüber nachdenkt, wie können wir uns darauf vorbereiten. Und ich stimme Piotr völlig zu, dass der nächste Haushalt dann entscheidend sein wird, wie ernst die EU es meint und bereitet sie sich wirklich auf eine mögliche Erweiterung bis Ende des nächsten mehreren Finanzrahmens vor. Aber ich glaube, diese Reformdebatte kann auch positiv interpretiert werden als, okay, da ist wirklich ein Gedanke hinter und wirklich der Willen dahinter, die Länder aufzunehmen und damit verknüpfend halt, wie bereit wir sind und wie können wir aufnahmefähig werden. Zu Ihrer zweiten Frage. Ich glaube, die deutsche Europapolitik hat momentan noch viel Luft nach oben, Raum nach oben. Ich weiß nicht, wie sagt man Luft, Raum, Raum nach oben. In vielen Dimensionen. Ich glaube, es ist eine sehr nach innen gekehrte Regierung derzeit. Eine, die nicht nach Europa schaut, sehr wenig nach Europa schaut, sehr wenig nach Brüssel schaut. Es gibt natürlich Ausnahmen. Die Staatsministerin Anna Lühmann, die den Bericht angestoßen hat, ist natürlich sehr engagiert. Wir hatten einige Reden, sowohl durch die Außenministerin als auch den Bundeskanzler. Aber grundsätzlich ist das momentan eine extrem nach innen gerichtete Bundesregierung, die auch sehr viel Frustration bei den europäischen Partnern auslöst. Und ich glaube, das muss man auch einfach sagen. Die ganze German-Vote-Debatte, die Frage, wie Deutschland sich in Brüssel verhält, wie Deutschland in Brüssel abstimmt, wie verlässlich Deutschland ist als europäischer Partner. Der Doppelwumms da vor zwei Jahren, der jetzt leider nicht mehr geht. Auch die Frage, wie Deutschland sich abstimmt mit den europäischen Partnern und wie die Bundesregierung kommuniziert mit Frankreich, mit Brüssel. Ich glaube, da ist wirklich viel, viel, vielleicht nicht kaputt gegangen, aber da ist viel Frustration, nicht nur in Brüssel, sondern auch bei den anderen Mitgliedstaaten. Und ich glaube, das muss irgendwie auch hier in Berlin klar werden, dass es europapolitisch momentan nicht sehr gut dasteht. Muss man sagen, dass die Chance zu einer Reform bis 2030 zu kommen und damit auch zur Erweiterung in irgendeiner Form, hängt das ja zusammen, ganz maßgeblich an der Frage der Bundesregierung und ihrer Politik in Richtung Europäische Union hängt? Es hängt natürlich auch an der Bundesregierung. Deutschland ist nun mal ein sehr, sehr großes Land und ein auch sehr einflussreiches Land. Das heißt, es hilft natürlich, wenn es einen Vorstoß auch gibt, der deutsch-französischen Partner. Am Ende müssen alle Mitgliedstaaten dabei sein. Und ich glaube, das ist auch etwas, das sehr wichtig ist. Natürlich war der Bericht deutsch-französisch initiiert. Aber der ganze Reformerweiterungsprozess oder die Reformerweiterungsprozesse sind natürlich Prozesse, die pan-europäisch geführt werden müssen. Das sind Diskussionen, die in der ganzen Union geführt werden müssen. Und am Ende muss es natürlich auch eine Paketlösung geben, die für alle Mitgliedstaaten tragbar sind. Und alle müssen sich da wiederfinden. Das ist keine deutsch-französische Sache. Das ist keine deutsche Sache. Aber es hilft natürlich nicht, wenn Deutschland sich europapolitisch so raushält oder wenn es so gar keine Kommunikation, so gar keinen Konsensus zwischen Deutschland und Deutschland gibt. Dieses Misstrauen im Raum ist, dass irgendwie davon kommt, dass der Rest Europas das Gefühl hat, Deutschland macht sozusagen für sich Politik. So steht das ja ein bisschen im Raum. Also ich glaube, diese ganze Beihilfe-Sache hat auch nicht geholfen. Wenn es zu dieser Frage, kommen wir weiter mit Reformen, dann ist es wichtig, dass sich Deutschland positioniert und dass Deutschland da auch voranschreitet. Ich bin mir nicht sicher, inwiefern das derzeit passiert. Obwohl man sagen muss, die Bundesregierung ist tatsächlich sehr, 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 sehr explizit unterstützend, was die Erweiterung angeht. Also das muss man fairerweise schon sagen. Ich glaube, der Bundeskanzler hat sich zur Erweiterung so explizit, offen, unterstützend geäußert wie zu wenig anderen europapolitischen Themen. Und das ist auch ganz klar Teil seiner europapolitischen Agenda. Und das muss man schon sagen, dass da, dass die Bundesregierung in der Erweiterungsfrage sehr, sehr deutlich ist. Ja. Darf ich eine kurze, vielleicht keine Randbemerkung, aber ich würde gerne den Bogen noch ein bisschen weiterspannen, weil Sie haben gefragt, ob das an der Bundesregierung liegt, ob die Erweiterungen und Reformen gelingen. Ich glaube, wir müssen, und das ist sehr wichtig, dass wir diese Erweiterungsdiskussion auch in einem viel breiteren Kontext sehen. Also wirklich, also Tu hat das angesprochen, diese geopolitische Lage, die uns dazu gebracht hat, überhaupt über dieses Thema zu diskutieren. Dass ohne den Krieg in der Ukraine hätte es diese Erweiterungsdebatte überhaupt nie gegeben. Also das Erweiterungsthema war tot. Jahrelang. Und ich glaube, das muss man auch irgendwie vor den Augen haben, dass im Grunde genommen wird die Zukunft der EU-Reform und der EU-Erweiterung dort entschieden. Also das ist, die EU-Erweiterung ist möglicherweise oder die Integration der Ukraine in die Europäische Union momentan ein fester Bestandteil einer möglichen Lösung in diesem Krieg. Also ohne, dass diese europäische Perspektive für die Ukraine tatsächlich glaubwürdig ist und dass die Europäische Union bereit ist, die Ukraine in die EU aufzunehmen, wird es sehr schwierig sein, etwas zu finden oder erzielen, was sich viele, glaube ich, in Deutschland, in vielen anderen Ländern wünschen, nämlich eine Friedenslösung oder ein Settlement, einen Waffenstillstand, was auch immer. Ich glaube, das sehen wir heute ganz klar, dass die Ukraine hat Schwierigkeiten, ihre Territorien wiederzugewinnen, wiederzuerobern. Es gibt keine besonders optimistischen Perspektiven für die kommenden Monate. Und ich glaube, nur dann kann es zu einem Waffenstillstand kommen, wenn die Ukraine tatsächlich Teil des Westens wird. Wenn sie das Gefühl hat, dass sie, selbst wenn diese verlorenen Territorien auf eine bestimmte Zeit möglicherweise nicht zurückkommen in die Ukraine, dass die Ukraine den Krieg gewonnen hat, weil sie eben diese europäische Perspektive hat und die NATO-Perspektive auch. Und ich glaube, das ist sehr wichtig, eben dieses strategische Ziel auch vor den Augen zu haben, weil manchmal verheddern wir uns in diese Diskussionen über technische Fragen und verloren irgendwie das große Ganze. Ja. Also wir hatten an dieser Stelle hier vor wenigen Wochen auch unsere außenpolitische Jahrestagung. Da ging es natürlich genau um diese Frage auch. Und die steht natürlich vor dem Hintergrund jetzt. Ich bin gerade heute Morgen aus den USA zurückgekommen und meine Laune war begrenzt, sage ich mal, von dort aus gesehen. Weil wir haben eben diese andere Wahl, die Präsidentschaftswahl in den USA, die uns wahrscheinlich sogar egal, wie sie ausgeht, weil am Ende wird es im Senat keine Mehrheit mehr für weitere große Investitionen geben, in eine wirklich Notwendigkeit bringen, als Europäer selber diese Frage auch zu gewinnen, die Sie jetzt gerade genannt haben mit Blick auf die Ukraine. Da stellt sich natürlich auch immer wieder die Frage, wie weit ist eigentlich die Europäische Union in der Lage, das zu stemmen? Also jetzt werden Diskussionen geführt über die nukleare Abschreckung der EU, die eine Chimäre ist sozusagen und so weiter. Also da sieht man schon so ein gewisses Naivität. Gibt es vielleicht eher dann jetzt eine Rückkehr von Bündnissen abseits der Europäischen Union? Welche Rolle kann denn die Europäische Union dabei spielen? Ich meine, wir gehen jetzt hier in der Europawahl zur Wahl des Europäischen Parlaments und nicht sozusagen von einem Weimarer Dreieck oder so. Welche Rolle spielt denn die Europäische Union in diesem Zusammenhang? Ich glaube, es ist interessant, weil egal welches Szenario man sich ausmalt, mit Trump oder ohne Trump, mit ein positives Szenario im Krieg zwischen Russland und dem Westen oder der Ukraine oder ein negatives, da kommen wir eigentlich immer zu dem gleichen Schluss. Also die Europäische Union, die EU-Mitgliedstaaten müssen einfach viel mehr in ihre Verteidigung investieren. Sie müssen die Rüstungsproduktion in Europa ankurbeln. Sie müssen eine glaubwürdige Abschreckung schaffen. Und das ist wirklich egal, welches von den Szenarien, das ich angesprochen habe, sich bewahrheitet. Weil ich glaube, wir sprechen sehr viel von Trump 2.0, von Trumps Rückkehr ins Weiße Haus und wie tragisch das wäre und ich stimme dem zu. Ich glaube, Sie fragen danach, ob die Europäische Union in der Lage ist, sich in dieser Situation wiederzufinden. Nein, also momentan sind wir nicht in der Lage, also wir sind nicht vorbereitet. Aber ich würde vermeiden, eben in diesen Schwarz-Weiß-Kategorien zu denken. Also ich glaube, wir müssen einfach das tun, was uns fehlt. Und das habe ich schon genannt. Das wird schwierig sein, also auch auf der Zeitachse. Das ist ja schwer vorstellbar, dass wir bis Januar 2025 soweit sind, dass wir sagen können, okay, jetzt können wir uns auf uns selbst verlassen und alles ist super. Aber ich würde eher meinen, wenn wir das getan haben, dann können wir auch gegenüber der Trump-Administration kommen und sagen, naja, dann lass uns reden. Also wir haben auch bestimmte Argumente in der Hand. Und dieser transaktionale Zugang oder diese transaktionale Herangehensweise von Trump kann möglicherweise, selbst das kann für uns eventuell eine Chance sein. Aber wir müssen zu einem solchen Deal, dass wir bereit sein, wir müssen vorbereitet sein, wir müssen bereit sein zu sagen, wir sind schon auf dem guten Weg, wir werden uns um unsere regionale, sagen wir mal so, Sicherheit kümmern, um unsere Nachbarschaft. Irgendwann werden wir diesen Stand erreichen. Aber was wir von den Amerikanern erwarten, ist, dass sie die europäische Nuklear-Macht bleiben. Und ob das gelingt, ob Trump für einen solchen Deal einlassen könnte, keiner weiß. Aber selbst wenn nicht, dann bleibt uns nichts anderes übrig, als in diese Richtung zu gehen. Wir haben eigentlich jetzt für diese Zeit dann den Einstieg in die Frage und Antwort vorgesehen. Ich will Sie also gerne motivieren, jetzt sich hier auch gleich zu melden. Ich habe trotzdem noch zwei kurze Fragen, die mir auf den Nägeln brennen. Und zwar einerseits reden wir natürlich jetzt viel, auch gerade bei diesen Herausforderungen, die wir gehört haben, große Investitionsbedarfe, über wirklich große Schritte, bei denen klar ist, da sich zu einigen, vielleicht auch einstimmig gerade an vielen Stellen zu einigen, wird unglaublich schwer. Und ein Teil ist ja auch die Auseinandersetzung damit, diese Veto-Situation zu verringern. Wenn es jetzt nicht gelingt, die Veto-Situation zu verringern oder gar alle zu überzeugen, selbst in qualifizierter Mehrheit vielleicht bestimmte Dinge zu geben, dann sieht ja der Vertrag trotzdem vor, dass man in dem Rahmen auch durchaus in Teilen von der Europäischen Union, also mehreren Mitgliedstaaten gemeinsam voranschreiten kann. Wie wahrscheinlich ist das, dass das am Ende das Ergebnis ist? Und ist es eigentlich gewünscht, auch angesichts der Tatsache, dass man ja damit auch wiederum Misstrauen bei denen, die nicht mitmachen, sät? Ich glaube, das ist ein Szenario, das auf jeden Fall durchdacht werden muss, wie differenziert wird eine Europäische Union in der Zukunft und wie differenziert wird eine größere Europäische Union. Können wir mit so vielen Mitgliedstaaten in der gleichen Weise weitergehen und voran oder agieren wie mit mehreren und dann in welchen Bereichen? Es ist auch ein Szenario, das wir in dem Bericht durchgespielt haben, das nicht sehr beliebt war, weil natürlich alle Mitgliedstaaten Angst haben, Mitgliedstaaten zweiter Klasse zu sein. Die konzentrischen Kreise, die da genannt wurden, also verschiedene Kreise, die umeinander gehen oder die Zwiebel. Obwohl wir immer sagen, es spiegelt nichts wider, was nicht eigentlich schon existiert. Wir haben natürlich die Eurozone, die enger integriert ist. Wir haben natürlich Schengen bereits mit anderen Mitgliedstaaten. Wir haben etwas, die europäische politische Gemeinschaft, EPG, die jetzt neu etabliert wurde. Es ist nichts Neues, aber natürlich stellt sich die Frage, wie differenziert wird die Union und wie differenziert wollen wir auch die Europäische Union haben. Ich glaube, Differenzierung ist kein Ziel an sich. Es ist nur ein Mittel zum Zweck, wenn wir wirklich gar nicht weiter vorankommen und aber glauben, dass die Ziele so wichtig sind, dass wir es trotzdem machen werden. Und die Idee ist ja meistens auch, dass andere Mitgliedstaaten, die noch nicht dabei sind, nachziehen. Der Euro ist ja für alle Mitgliedstaaten gedacht. Nicht alle werden beitreten oder manche Schweden hat einen Weg gefunden, nicht beizutreten, aber es ist ja schon die Währung für die Europäische Union. Das heißt, ich würde persönlich sagen, Differenzierung ist ein Mittel zum Zweck, wenn wir anders nicht vorankommen. Aber es ist nicht das Ziel der europäischen Integration. Aber dafür brauchen wir auch eine Gruppe von Staaten, die an einem Strang ziehen wollen. Und ich kann mir kaum ein Europa, ein Kerneuropa ohne Frankreich und Deutschland vorstellen. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Frankreich und Deutschland sich in relevanten Fragen auf eine gemeinsame Linie einigen. Also das ist jetzt die, ich glaube, diese politische Dimension ist hier wichtig, weil theoretisch kann man sich natürlich ein differenziertes Europa vorstellen. Und praktisch sehe ich das kaum. Okay. Andere Frage, letzte Frage nochmal direkt jetzt hier auf dem Podium, die auch so ein bisschen der Blick in die Kristallkugel vielleicht da an der Stelle ist. Wir reden jetzt hier im Vorfeld der Europawahlen. Das Europäische Parlament wird gewählt. Wir alle haben das Recht und das Glück, da mitzubestimmen, wo lang es geht im Europäischen Parlament. Aber wir tun das in einer Situation, in der die Befürchtungen sehr groß sind, dass im Europäischen Parlament die Mehrheiten dann doch einmal sehr viel anders aussehen, als zumindest in den letzten Jahren, vielleicht der letzten Dekade. Wie wahrscheinlich ist es eigentlich, dass man irgendeinen Schritt in dieser Richtung von Erweiterung und Reform vorangeht, wenn jetzt sozusagen nochmal ein weiterer Rechtsruck im Europäischen Parlament ansteht, ganz zu schweigen von der Frage, was bei der nächsten französischen Wahl passiert und so weiter. Wenn Sie auf die Erfahrungen jetzt auch zuletzt in Polen schauen, wie groß ist die Gefahr, dass im Grunde genommen gar nichts mehr passieren kann? Ja, ich glaube, die Gefahr ist relativ groß im Hinblick auf die EU-Reform und im Hinblick auf die Erweiterung, im Hinblick auf andere wichtige Vorhaben der Europäischen Union wie der Europäische Green Deal. Wir haben, da kann ich eine kleine Werbung machen für ein Papier, das bei mir CFA neulich erschienen ist, eben zur Europawahl. Und da sind sehr detaillierte Analysen dargestellt worden zur möglichen Zusammensetzung des Europäischen Parlaments mit der These, es würde einen Rechtsruck geben. Die drei Mainstream-Parteien, das heißt die Christdemokraten und die Konservativen, die Liberalen und die Sozialisten, die würden auf ca. 55% des Parlaments schrumpfen, aber trotzdem eine Mehrheit behalten. Aber da würden die rechtspopulistischen Parteien massiv an Bedeutung gewinnen. Und das ist ja diese interessante Policy-Konsequenz, das wird schon Konsequenzen haben für bestimmte Politikbereiche. Die Autoren haben da genau durchgezählt, wie unschädliche Parteien im Europäischen Parlament abgestimmt haben, zum Beispiel bei Migrationsfragen oder beim Green Deal eben. Und sie sind zum Schluss gekommen, dass mit der neuen Zusammensetzung des Parlaments einige Gesetzesvorhaben möglicherweise nicht möglich wären. Sie haben sich zwar auf die Erweiterung nicht bezogen, weil, naja, das ist ja schwer zu sagen, also die Erweiterung ist ja ein sehr komplexes Wesen. Also das ist kein konkretes Gesetzesvorhaben, dem man zustimmen und das man ablehnen kann. Aber ich glaube, wir sind tatsächlich an den Punkt, oder werden an den Punkt gelangen, wo diese pro-europäische Mainstream-Mehrheit noch geben wird, aber die in einigen wichtigen politisch sensiblen Fragen werden sie wahrscheinlich sehr schwierig zu erreichen sein. Da sieht man auf jeden Fall, dass es tatsächlich dann wirklich um jede Stimme im Europäischen Parlament ankommen wird, in welche Richtung es dann geht, was zumindest eine mobilisierende Wirkung für die Europawahlen haben könnte, wenn das jetzt sich auch weiter verbreitet. Ich schaue mal in die Runde. Gibt es Meldungen mit Blick auf Fragen oder Kommentare? Bitte fangen wir hier vielleicht bei Ihnen an. Das Mikro kommt zu Ihnen und dann können Sie das Mikro nach Ihrer Frage gerne schon nach hinten weitergeben. Ja, vielen Dank erstmal. Mein Name ist Julika Holtmann. Ich bin an der Hertie School Studentin und arbeite auch im Ministerium für Arbeit und Soziales zu EU-Erweiterung. Ich hätte zwei Fragen. Eine geht vermutlich an Thu und zwar hattest du vorher davon gesprochen, dass insbesondere Rechtsstaatlichkeit und Reformen dazu sehr wichtig werden. Dazu würde mich einmal interessieren, wäre dazu letztlich eine Vertragsänderung notwendig? Denn gerade wenn man zum Beispiel auch an den Beitritt zum Beispiel Serbiens denkt, denke ich, ist das vielleicht auch nochmal ein gutes Beispiel, dass es extrem relevant wäre. Und meine andere Frage bezieht sich eher auf das Thema Erweiterungsfatigue und die Frage, was müsste denn geändert werden? Also es wurde schon angesprochen, circa 20 Jahre. Es ist, glaube ich, in Nordmazedonien, die jetzt seit dem Antrag bereits in der Warteschlange sozusagen stehen. Ich hatte eine Zahl gesehen, dass wenn die Koalitionspolitik dann greift, wenn der Beitritt sozusagen erfolgreich war, dass dann achtmal so viel Geld, unter anderem, ich weiß nicht, ob es Polen war, aber eines der Länder bei der letzten Erweiterungsrunde ging, als zuvor wäre ein Mittel, das einfach schon im Erweiterungsrunde oder quasi während der Umsetzung der Kopenhagener Kriterien oder der AKI, dass währenddessen schon sehr viel mehr Geld fließen müsste, damit vielleicht auch nicht innerhalb der Bevölkerung, jetzt zum Beispiel im Westbalkan, dann auch irgendwie negative Gefühle, Resentment und irgendwie die positive Einstellung gegenüber der EU verloren geht, weil es einfach nicht schnell genug geht und Reformen zu schwierig umzusetzen sind. Vielen Dank für die Fragen. Sie können das Mikro direkt nach hinten weitergeben, an den man mit den hellen Ärmeln, aber ich würde trotzdem die Frage erstmal hier zur Beantwortung reingehen, also die Frage, ob Rechtsstaatverfahren muss es in dem Vertrag eigentlich dann angepasst werden, aber und auch dieser Gedanke, jetzt schon während des Erweiterungs- oder Beitrittsverhandlungsverfahrens da entsprechend in die Förderung reinzugehen, so habe ich das verstanden. Ja, zwei sehr gute Fragen. Was die Frage der Rechtsstaatlichkeit angeht, haben wir im Bericht verschiedene Optionen tatsächlich dargelegt, welche die Vertragsänderungen benötigen würden, aber auch welche unter den Vertragsreformen, weil wir natürlich auch wissen, wie schwierig Vertragsreformen sind und wie die politische Stimmung momentan ist. Idealerweise, also was wir vorschlagen, ist vor allem eine Stärkung der Haushaltskonditionalität und eine Stärkung des Artikel 7 Verfahrens. Zweiteres, würde eine Vertragsänderung benötigen. Ersteres, je nachdem, wie man das designen würde. Also es gibt Möglichkeiten innerhalb der Vertragsänderungen, ich würde aber sagen, die wichtigen würden eine benötigen. Die zweite Frage, es fließen auch schon in der Vorerweiterungsphase Gelder an die Kandidatenländer. Es gibt Pre-Assistance-Financing, das heißt, es ist etwas, das schon existiert und das auch, wenn man die Kosten oder die Auswirkungen für den Haushalt betrachtet, ist das natürlich auch etwas, das dann quasi einen Netting-Effekt hat, wo man sagt, naja, es fließt dann nicht mehr die Pre-Assistance-Financing, ich weiß gar nicht, Pre-Accession-Financing, ich weiß gar nicht, Pre-Accession-Financing, wie heißt das, Pre-Accession-Financing, sondern dann die Beiträge. Und wenn ich vielleicht noch ein kurzes Wort zu den Europawahlen sagen darf, die sind natürlich wahnsinnig wichtig, weil das Parlament momentan einfach eine sehr progressive Stimme, ein sehr progressiver Akteur ist auf EU-Ebene, bei Reformen, aber halt auch bei Migration, bei Klima. Was wir aber auch nicht unterschätzen dürfen, sind die nationalen Wahlen, die anstehen. Das sind dieses Jahr sechs, glaube ich. Und das wird natürlich auch nochmal Auswirkungen haben, je nachdem, wie sie ausgehen, für den Europäischen Rat, für den Rat und für die Kommissionszusammensetzung, wenn die vor den Europawahlen passieren. Also ich glaube, es sind die Europawahlen, die US-Wahlen, aber auch die nationalen Wahlen, die alle drei zusammen extrem viel Auswirkungen haben können auf die nächsten europapolitischen Jahre. Das ist ein sehr wichtiger Hinweis, den wir da nochmal mitnehmen können. Genau, jetzt erstmal der Herr da hinten und dann das Mikro gerne direkt einen nach vorne geben. Ja, vielen Dank. Mein Name ist Antonio Kluge. Und dann nochmal danke für die Diskussion. Zwei Fragen. Es ist mir eigentlich egal, wer sie dann beantwortet. Aber zum einen bei der pessimistischen Perspektive, dass Vertragsveränderungen nicht zustande kommen, aber doch die Erweiterung. Wie geht man dann zum Beispiel mit der Veto-Möglichkeit von kleineren möglichen Beitrittsmitgliedsstaaten um? Ist es überhaupt möglich, dass man sowas macht wie bilaterale Abkommen, dass die zum Beispiel, solange keine Reformen zustande kommen, kein Veto ausüben dürfen? Also sozusagen, dass sie beitreten, aber während dieser Zeit eben nicht, kein Veto-Spieler sind. Und die zweite Frage bezieht sich eher eben auf die Stimmung und den populistischen Anti-Establishment-Parteien, auch im Hinblick auf diesen Souveränitätsverzicht, also dieses Argument, man würde eben Souveränität verlieren, wenn man dieses Einstimmigkeitsprinzip verliert. Wie geht man damit um oder wie kann man eigentlich dagegen argumentieren? Wollen Sie das Mikro direkt einen nach vorne geben? Direkt vor Ihnen. Genau. Danke. Michael Schreyer, ich war von 1999 bis 2004 zuständig für dieses europäische Budget, also in der Zeit der EU-Erweiterung und der Finanzrahmen, der vorher von den Mitgliedstaaten festgesetzt worden war. Beinhaltete Mittel nur für den Beitritt von sechs neuen Staaten und ohne, dass die an den Agrarsubventionsstopf gehen dürften. Und das war natürlich absolut nicht akzeptabel. Und es war eine große Herausforderung in den Verhandlungen, natürlich auch mit den Mitgliedstaaten, mit den neuen Mitgliedstaaten, den Kandidatenstaaten, mit diesem Rahmen dann für zehn neue Mitgliedstaaten fertig zu werden und auch an die Agrarsubventionen daran partizipieren zu können. Aber dafür gibt es viele Stellschrauben. Sie haben schon einige genannt, phasing in, auch mit dem Datum des Beitrittskammern jonglieren. Also vieles gibt es da. Und wenn die Stellschrauben, die da sind, nicht reichen, dann muss die Kommission eben neue Stellschrauben erfinden. Und das ist ihre Aufgabe und da ist sie auch ganz kreativ drin. Und ich möchte auch noch mal auf die Kommission zu sprechen kommen, weil sie Beihilfen angesprochen haben. In der Frage, sind da nicht einige Mitgliedstaaten dann aufgrund ihrer Wirtschaftsstärke im Vorteil und bewirken eine Marktverzerrung? Die Kommission hat zu entscheiden, ob sie die Beihilfen genehmigt oder ob es mit Wettbewerbsverzerrung verbunden ist. Und die Kommission entscheidet als Kollegium. Das heißt, alle nehmen an allen Entscheidungen teil. Und sie versucht immer, im Konsens zu entscheiden. Aber im Zweifelsfalle kann die Kommission mit einfacher Mehrheit entscheiden. Und deshalb ist natürlich auch die Frage der Zusammensetzung der Kommission sehr, sehr wesentlich. Die Mitgliedstaaten nominieren eine Persönlichkeit oder jetzt zwei zur Auswahl, männlich-weiblich. Aber das Europäische Parlament wachte bisher strikt darüber, dass kein Mitgliedstaat jemanden in die Kommission benannte, dafür benannte, der oder die nicht sich dem Ziel verbunden fühlte, die Integration zu vertiefen. Und diese Aufgabe des Parlaments nimmt das Parlament wahr mit der Zustimmung zu der vorgeschlagenen Kommission. Und das ist mit der Mehrheit seiner Mitglieder. Also von daher setze ich es ja darauf auf, wenn sich im Parlament eine Verschiebung ergeben würde, dass trotzdem diese Aufgabe sehr, sehr ernst genommen wird. Weil die Kommission ist diejenige Institution, die das Initiativrecht hat und darüber wesentlich mit entscheidet, wohin der weitere Weg der Europäischen Union gehen wird. Vielen Dank. Das Mikro können wir direkt hier nach vorne geben. Ich würde trotzdem Piotr Buas vielleicht zunächst einmal zu dieser Frage der Veto-Möglichkeit von den kleineren Beitrittsländern. Man muss ja vielleicht sogar noch dazu erwähnen, dass auch der Beitritt selber, wenn ich das richtig verstehe, ja einstimmig erfolgen muss. Das heißt also auch kleinere bestehende Mitgliedstaaten hätten die Möglichkeit, diesen ganzen Prozess auszubremsen. Und wie gehen wir damit um? Und diese Frage der Souveränität des Umgangs kam ja auch noch mal dabei mit. Ja, also mit der Einstimmigkeit ist es natürlich, ich habe das schon anfangs erwähnt, also ich glaube, ich will die Risiken, die mit dir verbunden sind, nicht herunterspielen. Aber wir haben jetzt 27 Staaten. Wir haben Schwierigkeiten, sehr oft Entscheidungen zu treffen. Aber bisher haben wir auch sehr schwierige Entscheidungen getroffen. Ich weiß nicht, ob der Beitritt von zwei, drei, vier neuen Mitgliedstaaten, die wirklich diese Balance in der EU so komplett irgendwie aus dem Hebel bringen würde. Man kann aber, und ich glaube, das wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen, ich weiß nicht, was Tu dazu sagt, aber ich glaube, es wird, also ich rechne damit, dass es doppelte Standards geben wird einfach. Irgendwann in der EU. Also wegen der Rechtsstaatlichkeit und möglicherweise auch wegen der, oder versucht zumindest, sie einzuführen. Das heißt, wir werden uns, also hier ist mein Pessimismus, dass wir uns innerhalb der Europäischen Union auf eine Änderung dieser Regeln nicht einigen werden, also dass wir keinen Konsens finden. Aber dass dieser geopolitische Gedanke, dass wir die neuen Mitgliedstaaten doch aufnehmen müssen, sich durchsetzt. Und dann werden wir vor der Frage stellen, vor der Frage stehen, so wie Sie gesagt haben, okay, was machen wir mit den Neuen? Dann vielleicht müssen Sie anfangs zumindest für eine Übergangszeit weniger Rechte haben. Das heißt zum Beispiel... Probezeit. Probezeit. Und dass dieser Rechtsstaatlichkeitsmechanismus, von dem Tu gesprochen hat, eben für die neuen Mitglieder nur angewandt wird und nicht für die alten. Das heißt, um in die Europäische Union reinzukommen, wird man höhere Hürden nehmen müssen als die Länder, die schon drin sind. Das ist ungerecht, das ist unfair, das wird möglicherweise auch kritisiert oder vielleicht werden die Länder vor den Joghazien. Aber ich glaube, das ist für mich das realistischste Szenario, dass wir das Problem auf diese Art und Weise lösen. Mit Blick auf die Zeit würde ich gerne eine letzte Frage hier noch mit ermöglichen und dann einmal noch mal Sie zu Wort kommen lassen. Bitte. Dankeschön. Ich mache es auch ganz kurz. Wir haben gerade schon gehört, dass die deutsche Debatte, die deutsche europapolitische Debatte sehr nach innen gerichtet ist. Von daher hätte ich eine konkrete Frage an Piotr Buras, dass Sie ein bisschen mehr erzählen können, wie die Debatte gerade in Polen aussieht, vor den Europawahlen, zur EU, einmal ganz allgemein. Und inwiefern hat sich da vielleicht schon was verändert mit dem Regierungswechsel. Das finde ich sehr, sehr spannend. Ja, danke schön. Ja, was hat sich verändert? Also ich glaube, es gibt in einem Punkt eine massive Veränderung und zwar, dass die neue Regierung, die seit Mitte Dezember im Amt ist, sich nicht leisten kann oder nicht willens ist, die europapolitischen Fragen für innenpolitische Zwecke zu instrumentalisieren. Das heißt, diese Regierung ist grundsätzlich daran interessiert, dass bestimmte Lösungen oder Lösungen von bestimmten Problemen, Herausforderungen auf der EU-Ebene gefunden werden. Das war mit der vorgängigen Regierung nicht immer der Fall oder grundsätzlich nicht der Fall, weil sie, wie jede populistische Regierung, eher daran Interesse hatte, die europäische Probleme zu instrumentalisieren und erhoffte sich davon politischen Nutzen. Das ist, glaube ich, schon eine große Veränderung und das eröffnet einen großen Spielraum auch für Kooperationen mit anderen Ländern. Und das haben wir auch jetzt gesehen, die Wiederbelebung des Weimar-Dreiecks, das Versuch tatsächlich mit den Partnern ins Gespräch zu kommen und das Weimar-Dreieck ist ein altes Format. Aber wir haben, und das ist ja auch eine interessante Veränderung, jetzt einen sehr starken Fokus in Polen auf eine Kooperation mit den nordischen und baltischen Ländern. Also viel weniger Wischegrad, weil, naja, die Slowakei und Ungarn vor allem wegen ihrer Haltung in der Ukraine-Frage als nicht glaubwürdige Partner angesehen werden. Dafür sind die Skandinavier, die Balten hier, in dieser, aber auch in den anderen Fragen, auch dieser Wettbewerbspolitik zum Beispiel, auf der gleichen Schiene. Und das ist, ich glaube, das ist eine interessante Veränderung. Was auch nicht weniger interessant ist, ist das, wo die Veränderung nicht stattgefunden hat. Und das ist die Art und Weise, wie sich die polnische Regierung in vielen wichtigen Fragen auf der EU-Ebene positioniert. Migrationspolitik zum Beispiel. Da hat die neue Regierung alle Gesetzesvorhaben der Kommission abgelehnt, hat sich mit dieser Ablehnung nicht durchgesetzt und hat auch im Sinne dessen, was ich früher gesagt habe, auch angekündigt, wir stimmen dagegen, also gegen den Migrationspakt. Aber sollte er angenommen werden, akzeptiert werden von den Mitgliedstaaten und im Parlament, dann werden wir die neuen Regeln umsetzen. Also das ist eben das Neue an dieser Politik. Aber auch für innenpolitische Zwecke hat man bei dieser sehr restriktiven Ablehnung dieses Migrationspaktes geblieben. Also in der Klima-Energie-Politik, da gibt es auch nicht so viel Bewegung, muss ich sagen. Die Reformen, also die EU-Reformen, also das, was ich hier erzählt habe, das reflektiert irgendwie im Großen und Ganzen die Meinung der Regierung. Also die Position ist noch rigider in dieser Frage, also keine Reformen. Auch in der Ukraine-Frage hat sich jetzt zum Beispiel die neue Regierung gegen die weitere Liberalisierung, die Verlängerung dieses ATMs, also dieser Autonomous Trade Measures, die Liberalisierung des Handels mit Ukraine, ausgesprochen, wird sich wieder wahrscheinlich nicht durchsetzen können. Und die Frage ist natürlich, ob wir an dem Embargo, das wir einseitig verhängt haben, festhalten werden oder nicht. Und das ist eine etwas verblüffende Kontinuität, glaube ich, für eine sehr pro-europäische Regierung, die in der Rechtsstaatlichkeitsfrage zum Beispiel, hat sich natürlich hier massiv alles geändert, aber wenn es um diese EU-Policies geht, dann nicht so viel. Aber das ist dadurch zu erklären, dass dieser innenpolitische Kontext sehr kompliziert, sehr schwierig ist für die Regierung. Und das wird vielleicht oft unterschätzt. Dieser Sieg, Wahlsieg dieses pro-europäischen Lagers wird manchmal interpretiert als eine neue Welle des pro-europäischen Enthusiasmus in Polen, was eigentlich nicht der Fall ist. Die Stimmung im Hinblick auf Europa wird auch in Polen immer skeptischer. Die Migrationspolitik, Klimapolitik und die EU-Reformen, das sind so drei Bereiche, die auch von den Populisten massiv instrumentalisiert werden. Und da wird sehr, sehr stark dagegen gepusht. Und die Regierung ist so ein bisschen in diese Ecke gedrängt worden, aus der sie schwer herauskommen kann. und auch nicht willens ist, irgendwie dieses Fight aufzunehmen. Ich glaube, das ist ein bisschen die Situation. Mal sehen, wie sich das nach der Wahl entwickelt, nach der Europawahl. Aber dann nach der Europawahl ist in Polen wieder vor der Wahl, vor der Präsidentschaftswahl. Und diese Präsidentschaftswahl nächstes Jahr wird eine sehr große Bedeutung. Piotr Buas, vielen Dank. Vielen Dank auch für diesen Einblick nochmal in die Situation vor der Europawahl, auch gerade in Polen. Und Tuno Nguyen, ich würde an der Stelle nochmal vielleicht eine Frage stellen wollen, nämlich mit Blick auf die Situation vor der Europawahl insgesamt. Wir haben jetzt viel über Reformvorschläge und es dann doch eben auch sehr viele technische Punkte gesprochen. Wie glauben Sie denn vielleicht auch aus der Erfahrung in der Arbeit dieser Kommission, in der man sich sicherlich auch damit darüber unterhalten hat, kommt das bei den Bürgerinnen und Bürgern an? Also wie schauen denn eigentlich die Menschen auf diese Entwicklung und Reformnotwendigkeiten in der Europäischen Union? Und wie schaffen wir es, sie vielleicht ein Stück weit auch zu mobilisieren, jetzt mit Blick auf die anstehenden Wahlen? Nicht nur die Europawahl, sondern wie Sie sagen, auch die nationalen Wahlen, die dafür relevante Entscheidungen treffen. Ich glaube, das wird die große Frage sein, wie wir auch die Bürgerinnen und Bürgern auch in der Erweiterungsfrage mit an Bord bekommen. Die Diskussionen sind momentan natürlich noch eher auf politischer Ebene, auf abstraktem Level. Und ich glaube, das wird jetzt auch in der nächsten Legislaturperiode die Aufgabe sein, die Debatte weiter an die Gesellschaft zu tragen und auch die Notwendigkeit von Erweiterungen und potenziellen Reformen deutlich zu machen. Und ich glaube, das hängt dann auch mit dieser Frage zusammen zur Souveränität. Wie können wir denn den Verlust von Souveränität begründen oder argumentieren? Und ich glaube, wir müssen uns einfach klar werden, in was für einer Welt wir jetzt leben. Russland treibt Krieg in Europa. Die USA wird zunehmend proktaxionistisch. Vielleicht haben wir bald eine zweite Trump-Präsidentschaft. China ist dort. Glauben wir wirklich, dass wir als kleine Europäische Union oder als kleine Mitgliedstaaten uns in der Welt behaupten können? Oder müssen wir uns einfach nicht klar werden, dass wir eine große, starke, demokratische EU brauchen? Und das dann auch in die Gesellschaft rein erklären und den Bürgerinnen und Bürgern? Vielen herzlichen Dank auch Ihnen. Und ich will vielleicht an der Stelle noch mal verweisen, einerseits auf die Studie des European Council on Foreign Relations mit Blick auf die Europawahlen, fand ich jetzt noch mal sehr interessant. Andererseits natürlich auch auf den Bericht beziehungsweise die Reformvorschläge der Kommission von Anne Lübermann und Laurence Bohn. Das wird sicherlich interessant sein, da noch mal weiterzulesen. Was auch interessant wird, wo man reinlesen sollte, wo Sie alle reinlesen sollten, ist eine Studie unter dem Titel Selbstverständlich Europäisch, die wir zum 21. März, wie jetzt schon jedes Jahr, eigentlich veröffentlichen wollen. Da wird noch mal der Blick dann auch in die Lage, in die Stimmungslage auch in Europa geworfen werden, wie sozusagen auf diesen Zustand der Europäischen Union geblickt wird. Wir wollen das am 22. März auch mit einem Gespräch zur europäischen Energiepolitik weiter diskutieren, unter dem Motto Europa vor der Wahl, uns also auch weiterhin noch ein bisschen damit beschäftigen. Und ich hoffe, es hat Ihnen allen einen guten Einblick geboten und hoffe, dass Sie uns vielleicht hier auch noch bei einem kleinen Getränk den Ausklang hier begleiten und auch gerne mit den beiden ExpertInnen hier ins Gespräch kommen. Herzlichen Dank fürs Dabeisein. Applaus Applaus Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.